Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Gresse eigentlich richtig anbauen kann, egal ob in Watte oder zum Beispiel auch Küchenpapier. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal legen wir unsere gewünschte Form, in meinem Fall ist das ein flacher Teller mit ordentlich Watte aus. Bei mir sollte das auch auf jeden Fall schon reichen oder zum Beispiel auch mit circa drei Lagen vom Küchenpapier, was ich hier auch noch schön auf die entsprechende Form zugeschnitten habe. Wenn wir das haben, besprühe ich jetzt mal den Untergrund mit so einer normalen Sprühflasche mit ganz normalem Wasser und das mache ich jetzt einfach so lange, bis dieser wirklich schön durchfeuchtet ist. Auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe. Nun gebe ich bei meiner Tellergröße mal circa einen gehäuften Teelöffel von meinen Gräsesamen hier schön verteilt drauf. Wichtig ist am Ende nur, dass die Samen nicht übereinander liegen, aber wenn sie zum Beispiel relativ eng aneinander sind, dann ist das wirklich überhaupt kein Problem. Bei meiner Watte mache ich jetzt natürlich genau dasselbe Spiel. Als nächstes befeuchte ich die Samen noch einmal von oben auch, schön mit Wasser und danach geht es an den entsprechenden Platz, wo die Gräse als auch wachsen wird. Hierfür sollte der Ort auf jeden Fall hell bzw. halbschattig und auch über 15 Grad Celsius warm sein. Bei mir auf dem Fensterbrett ist es also perfekt. Wichtig ist aber auch noch, dass direkte Sonneneinstrahlung vermieden wird, da sonst das Küchenpapier, die Watte und auch unsere Samen hier einfach zu schnell austrocknen würden. Außerdem tue ich das Ganze noch jetzt jeden Tag mit meiner Sprühflasche hier gut befeuchten, dass nicht nur die Samen, sondern auch der Untergrund immer schön feucht bleibt. Nach zwei Tagen können wir jetzt schon in beiden Tellen auf jeden Fall gut sehen, dass die Samen zu Keimen angefangen haben. Das Ganze wird auch schon so langsam grün und nun lassen wir es aber noch etwas länger wachsen. Nach vier Tagen kann man jetzt die grüne Grässe wirklich schon sehr toll erkennen, doch wir warten einfach mal noch etwas länger ab. Sieben Tage sind rum, meine Grässe ist jetzt auf jeden Fall fertig, weswegen ich mir mal noch eine normale Schere zur Hand nehme. Mit dieser kann ich jetzt nämlich hier oben den grünen Teil abschneiden, welchen ich auch anschließend gleich mit einem Butterbrot noch genießen werde. Und abschließend ist noch wichtig zu sagen, dass wenn du das Ganze erneut ernten möchtest, das Würzgrad wächst nicht von alleine nach, weswegen du wieder erneut die Samen hier aussenden müsstest. Wenn du dir für zu Hause hast, du musst solche Gräsensamen hier, Füllwatte, eine Sprühflasche oder auch so einen Grässeigel für ein tolles optisches Ergebnis zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Tressilen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen noch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.